Prozent wo die Wettbewerb nicht die so richtig ist auch okay weil ich bin nicht mal gerannt geht es gibt es bei der Exilie lustig m er hat er ist feierabend Prozent 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 Aua! Au! Nein! 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 Ja, gut! Ihr wollt doch scheiße denn jetzt? Los, hübsch dein! Hübsch einfach und... Tolley! Hehehe! Wuhu! Jetzt sieht man wohl nicht. Also der hat mich auch gerade eingebottelt, die Böde Kuh. So, alles wie vor wieder wie vorher. Ich muss... Lalalalalalalalalala So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Also heute, werden wir den Server verabschieden, weil wir dann die 1.1.2 starten. Ja, wir zeigen heute nur noch ein bisschen vom Server so, was wir so gebaut haben, alles. Ja und dann, geht weiter mit 1.2 und 9 Map. Das ist übrigens das Haus von Nordrhein-Folgen vorgegeben, dass jetzt ab... Nein, da hat es keine Ahnung, das haben wir bisher gebaut. Nicht komplett fertig, aber wir werden das vielleicht noch auch mal fertig bauen, wenn man Zeitreiber Lust haben. Oder sein... Ja, sowieso kein Lust. Ähm... Ja, ganz schnell weg. Ja. So, weißt was, was? Ich hab jetzt die Idee. So, bleib mal stehen. Ja, komm, gib mir da, Zeug. Eh gleich alles weg. So, und jetzt zeigen wir den Rest der Map los, los gehts. Huie! Wie macht ihr das? Drück einfach doppelt. huii! Ich kann fliegen. So, jetzt zeigen wir noch ein bisschen von der Map, ja. Ach, wir fliegen erstmal hier hoch. Ok. Hier war unser Leuchtturm oder was auch immer. Guck mal, hier ist sogar ein Loch drinne, gell. Guck mal rein. Hallo. Wo bist du? Ach da. Wo bist du? Weil man es bei gegenseitig abgebauert haben, gell? dafür hieß ein Guckloch nach 400 du kannst auch unterweichen zurzeit haben das ist zu geben oder für die uns ist immer wieder geiles mit dem Weg mit dem Haus mit dem mit den Dings hier weil es meint sich hier unser Unterhausen um reingehend Stadthaus hier mit dem Feld und so mit den Hühner Dings er hat sie alles erst geiles wie soll ich erfahren die Sohlein ist Kursingen waren da wird sich das bei der weiteren Wörter hier lang das den jungen alle denken wie sie es lustig alle hätten jetzt heute was macht die zauber guck doch unser kleines häuschen hier so warte wie geht es mir kann es nur wieder und das haben wir das überhaupt schon mal mit der gezeigt e-nein ja das moment doch doch nach damals gezeigt haben schon zweimal oder einmal was gemacht dann wir bleiben erst mal hier und zeigen der rest er so immer noch um höhenmäßig alles geben so höhlen und Schächte und alle Müll da und hier war dann um doch auf auf aber er hat er aber leid er soll hier und für heute geben wird es auch das zweitmal und mit unendlich er hat er hat so keine gute wird der Brot der Gäste die die was kommt die Gäste der Diener dieses Portal oder reingehen wir haben dem es weiter ich heiße Hunde die Verkrankte Mann ist wer will wir kriegen kannst und da hat er geholfen da wo man alle jetzt das war hier hat auch eine Höhle gehalten wo okay vom Projekt gestartet ist aber das vollendet ist wohl leider unterbordbar und unterbordlich so der Unterdichter Punkt der Bande Brunner Bahn aber hier ist die Riesengröße Borg ja auch Riesengrossalberin die größeren sind Kort zuckte dies wird sich also also in dem auch keine Dächer also wir haben die Woche und Schrauben und Geist als Machen und Sinne sie denkt das kann los so weit ist ich habe das wird auch nicht ganz deutlich wird gefolgen lieber sie machen fast fertig und dann vom Klappen und fast fertig ist Böderbogen die Zeit drüben Akku Kuhmann und auf das Leben und das war ein paar Hauen dieser langweilig das geht um hier unser ich kann mich einfach so auf dem Wasser fliegen das Wasserfall er fehlt hier was sie sieht irgendwie bis komisch aus na was soll es BAM ja wir sind und wir können sterben so hier geht dann rein in die Kursstufe und wird hier oben die Kunde hier hoch Randalieren das ist ja keine Kopie oh das ist original jetzt hier schweiß drauf und von Feiler geht's Scheiß das ist ja so wie gesagt das ist eine Kopie geworden, Idiot komm ich nicht hab ich mein Karten ist vor mir hier lang los geht irgendwie ähm wie ging das mit diesen Scheiße aaaah das sieht aus alter uo ey guck mal wie schnell ich bin alter ich rase üblich davon wow 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 hier war mal lange nicht mehr g na klar was ist das was ist das ausgemacht dumm Kuh ja ja komm noch ein Stück ey die sind ja Bremsen drin ey komm ich falle trotzdem wunder komm los geht ja noch ein Stück warte mal warte ich schieb dich ganz denn komm komm jetzt rein wohohoh yeah oh mein Gott oh bumm so war so hier ist jetzt unsere alte Welt mit einem riesen Riss drin also hier ein riesen Riss denn wo na bei mir ist hier ein Fehler gerade ach so das Bild auch sieht eigentlich auch ganz geil aus äh ok ich bin eigentlich noch mal kurz weg und komm noch mal schon mal komplett neu weil irgendwie war gar nicht mehr ist jeder so wie sie das ist besser aus dass jetzt eigentlich auch das ist echt schade das war das Bild war echt eigentlich ein Traum das war echt übelst geil wenn man das alles mal so von oben sieht das ist echt geil aus also sieht man alles mal von unten ja hier halt kleiner Garten die kleine Motserfalle hat die hat echt gebracht also die Themes an der Stelle muss die Kinder auf seine Tafel voll ja das ist nur was soll das Gloucester werden wird auch und wenn man uns da reinläuft oder die Türkei wo die Türkei wo das ist das Haus egal und ich weiß ja wollen das war ich das war die beste und wollte die wir hier hier Stichkei ist um ein Wort was sind wo bist du ist er obendrauf gehen er war ich doch der Schwerdorf aus mir um hoch jene aber die die ich bin 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 zwei Kälte mit einem hochklären so gehen wir sein wir haben uns gelettet das hat uns geleckte er hat weniger muss zu verlieren und wir sind alle Punkte vor mir wo alle anstrengt werden und das war ich gemacht habe hier ist die jahre ein Kampau was auch gemacht gibt es ein Koppel der Bauchstuhl und ich wieder aufwenden wir kommen die Erfahrungspunkte daraus und die Themen und ich hab sie eingesammelt wir tauschen was denn los hier kommen die Themen und die Erfahrungspunkte daraus genau wie es schon gesagt hat ich muss mich aufpassen will die Böcke nicht kaputt machen Schlager bekommen die Soweit schlagen Kostadort und Kapital Kapital also jetzt geht jetzt um mit Papierstuhl die Besserung und die Form der Tiefen die Besserung können aber er hat und wollte aber auch mit der Erfahrungspunkten haben und das war das was man gerade hat ja sie bringt es jetzt mal die Bordesdruck und die Kostolbe gereichert und das war ein bisschen denn die Stadler in der Haun-Karte ich habe sie geblieben zu kaputt gemacht so M meint der Leer Prozent ich kann nur noch viel Lester Leer macht jetzt Warte Warte und das Leben gar mehr Morte Florian 1 so los geht's Ruhl war wo bist du so hin Hebel Stoff auch da oben ein übelst werden wir gehen zum Mond los geht's das ist auch lustig auch in die Bahn er kann ich so weit ausschreiben Korn an Versuchsmart Dogmatik ja dann so ist wie heißt das so ein Strich da so ein hier so was da ob er so ein Strich Strich jahre zu die sieben da so ähm es ja das hat sich dann schreibt sie Game Road Gamer Motor zusammen geschrieben dann schreibst du ähm ja schreib mal Stanley ne ich hab nicht Stanley fliegt dann hier runter warte ich gehst mal runter so ich hab geschrieben geht aber leider nicht und dann musst du noch oh scheiße ach scheiß drauf also ähm was ist eigentlich passiert ach ja er mein Festplatte war voll ähm darum es hat aufgehört aufzunehmen und jetzt mit dem Motivier und hohe bis in Tietan gemacht und das Jagdmars die Luftwurzung wo bist du ja warte ist aha erwischt also wir haben schon ein bisschen was die Luftgejagd ja guck das an hat ihm Spaß gemacht das ist jetzt übrigens eine Kopie da haben wir eine Kopie gemacht weil Original wollte man nicht unbedingt in Luftjagen jedenfalls hier der Turm und Floor aktiviert es jetzt los geht's ähm Stanley ja ich hab eine bitte und zwar kommst du noch mal ganz kurz da runter zu diesem Bücherregal Dinklar wo das Bücher Dinklar ist ok komm mal da runter bitte hast du den Tee dran gemacht oder was warte mal kurz da müsste er ist der Ehe das ist eine Kiste drin ja Alter ey weil sie hat echt nicht gelegt gell, ich bin über stolz auf das ja so jetzt, jetzt wird der Neusturm los, ich guck mir das an ey guck mal bei mir das Bücherding immer noch da gell weil es ist jetzt hab ich es kaputt gemacht das hab ich ja noch, oh also guck das mal an jetzt hier boah, ich hab das nicht gelegt, oh ist der Hammer ok los geht's ok, nimmst du überhaupt aufstehen, guck aber mal guck mal da fliegt ein Geist rum ich hab sich über die Scheiß-Wiebe oh alter oh, das ist gar nicht, was soll das wie? ok 3, 2, 1 going oh mein Gott, ich flieg ja runter scheiße yeah oh, sie ist geil aus sie ist geil aus ja guck mal der Geist guckt auch mit zu ja also gelegt hat eigentlich es nicht so von ja, guck mal der Geist hängt irgendwie fest ich guck mal, es geht bei mir immer weiter irgendwie bei mir schon das Ende ey, ich kann den Geist schubsen hier beim, beim, beim knallt es die ganze Zeit noch beim, beim knallt es die ganze Zeit noch bei mir sind Feierabend na, wenn es beim Feierabend na, wenn es beim Feierabend also, also hier, ja bisher steht noch, hier mit Treffer, weil und die sind über alle schon noch erweitert hier geflogen ist na ja guck mal hier den geist geht er kann irgendwie schubsen wie so ein Ping-Bombein Guck mal hier drüben ist übel zu riesen Loch hier wo ich bin ja wo du bist alles klar in der Nähe vom Haus du Pfeiffer hier ist übelst das Loch ja weil da ein TNT-Block hier geflogen ist guck mal der Garten ist auch noch da hier ja der wunderschöne Garten da wurde gerade so verschont, außer einem Block gut drei haben sie so reparieren aber weg oder alles leckte übel gerade bei mir heilige Maria da war's da so zu sagen ich finde es lustig la 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 wow die hängen hier alle fest, alter so lustig die scheinen übel voll okay ich glaube das war so mitnehmen was macht die ganzen Fischer hier, alter da wollen wir mal aus dem Game und rausgehen? ne, das sterben wir ey, mach mal, alter da kommen über viele Fischer da kommen über viele Fischer so die Körner der Körner aber auch die dritte die vor allem auf im zumal der wir im Leben gut ich bin ja runtergefallen aber spiel sind der Scheißhöhle da die Form gesprengt hat wo du drinnen standest um weil sie so wie er drin hat oder als der höhe oder so viel und so ein paar da haben wir hier ein schönes das war die aber noch weiter so die letzte Jahr vor ein der Hauptsache Kompeten los bin der Umgebung alle erledigt werden er hat an die Kälfte wo er hat er weiter oder aber auch verloren und langweilig er wurde auch da war es für diese Map der Großteil der Arme kompültig aber auf jeden Fall der was er bei der nächsten App sehen und bei der Let's Play und nicht vergessen am 28 kommen neue Spiel raus und das werden wir gleich am ersten Tag jetzt legen und auf jeden Fall Gucken 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 wo bist du ja das Haus ist er in der Ecke in ein Dingshaus bin ich wo sowas noch nicht was noch nicht ein bisschen kaputt ist alles was noch nicht kaputt im Berghaus wenn die Gartier hat er noch durch geschossen dieses Jahr auf Prozent hoch Eiter Armand oder muss jetzt sein weg damit kompakt hat er aufhören wie er das ist komikolegen wir haben uns jetzt im Dreck sagt ab und er hat das Volk über 20 Stück keine Ahnung und mitkollegen alle diese Partie mit 50 wird 50 Kripp aus dem Betrieb hallo ich sehe das war auch es ist doch auch zu Ende Nürnberg und also der größte Arbeit wird es lang ja stimmt okay also macht gut bis zum nächsten Mal und einschalten und abonnieren und scheiß und macht gut einschalten Jo ok bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal